Oh, nein, ja, ich habe keinen Damage gefressen, wie habe ich das gemacht, ich cheater, oh, noch einer, what, alter, ich habe es gerade nicht mehr gerafft, ne, ich dachte, das wäre mein Mate, hey, killers, was geht bei euch ab, willkommen zur neuen Matchmaking-Folge der ultra krassen Zerfickung, ich dachte mir, wir wären nur vier, da ist ja der andere, alles klar, let's go, ich muss ein bisschen ansagen, ich muss den Leuten sagen, wo ihr sie gehen soll, die brauchen einfach eine Führung, und diese Führung bin ich, ja, der mit der Splashy, Wir kümmern, wie das Namensschild über die Waffe hinten rausragt, unten meine ich, je, one catwalk, oh je, sehr schön, sehr schön, mein Junge, ja, schon erledigt, es läuft schon sehr, sehr gut hier am Anfang, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend lohnen, ich will nicht den Porzalane-Elefanten durch die Sackgasse in der Schuhschachtel mit der Oma, Großmutter schicken, deswegen machen wir erstmal langsam, holen uns eine P90, ihr wisst, die Global-Waffe schlechthin, und wir gucken mal, was passiert, wenn wir nochmal auf A gehen, ich hole den Decoy raus auf die Mitte, das ist Pro, Achtung, Achtung, ach, genau so müsste ich sie schmeißen, habt ihr es gesehen, ach, so ungefähr, damit sie auch wirklich ankommen, weil sonst ist er ein Glück schon dahinter, wenn er sie so Pussy-mäßig schmeißt, das geht natürlich nicht, ja, ist klar, keiner catwalk, alles klar, keiner ist highway, nice, mittelst da, oh, nice, oh, ich hab mir selbst nice gesagt, so läuft es, so läuft es, weißt du, so, gut gemacht, warst du gut gemacht, ich hab ja gesagt, ich mach heute ne kleine Aufnahmesession, die letzte Matchmaking-Folge ist gerade eben entstanden, jetzt ist schon die nächste, ich hab's im letzten Video schon erwähnt, das ist echt schwach, wenn man, ähm, als YouTuber, wo er halt, ja nicht mindestens LE ist, sag ich mal. Oder man sollte schon LE sein, irgendwie. Naja. Auf der anderen Seite, wenn man eben YouTube und Twitch jetzt auch wirklich Hardcore-mäßig betreibt, so wie ich es mache, man also praktisch nie spielt, außer wenn man aufnimmt oder eben mit Twitch zusammen spielt, mit den Zuschauern oder halt so Livestreamt, dann ist es echt schwierig, hier was zu reißen, weil man spielt ja immer nur kurz für die Aufnahmen und für die Livestreams. Aber selbst da kann man Skill rausziehen, sage ich. Muss man können und das mache ich auch. Das werde ich auch so machen, klar. Halt, 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 bevor hier oben wieder einer campt, das war letztens im Livestream so, da haben wir ein Fior Game gemacht und hatten dann auf einmal einen Feind hinter uns. Das war echt eine Schweinerei. Okay, so, jetzt können sie kaufen und jetzt wird es interessant. Übrigens, Leute, eure Aktivität auf Instagram, Twitter und Snapchat ist echt abnormal. Was ihr mir da schickt, was ihr liked, kommentiert und hin und her ist wirklich krass. Vor allem, was er mir auf Snapchat für geilen Scheiß schickt, das ist schon echt krass. Ich finde es einfach schade, dass Snapchat keinen Bestand hat, dass die Sachen weg sind. Weil manche Dinge sind einfach so edel, die könnten gerne stehen bleiben, ja. Es gibt jetzt auch wieder immer mehr Fanarts, die er für mich macht. Vor allem Monsieur Face, du bist echt der Hammer, was du da herzauberst. Das wird echt eine geile Geschichte mit den Designs. Hier, los, klar, da war einer. Einer Warnspot, Achtung, ey! Danke, dass du mir den Arsch schießt. Nein! Scheiße, was habe ich gemacht? Ich hätte die gescheit picken müssen. Egal, die Jungs holen den Winner, es sind nur noch drei. Ja, was da noch für geile Fanarts rumkommen, Leute. Ich muss demnächst wieder ein paar einbauen in die Videos. Hoppala. Vielleicht baue ich, vielleicht habe ich hier sogar schon eins eingebaut. Ich weiß es halt jetzt nicht während der Aufnahme, das mache ich ja erst im Editing, man mein. Komm, easy, Mann. Nice. Oh Gott, richtig fett. Hat er gut gemacht. Und bei Instagram ist eure Aktivität der Überflieger, ohne Witz, Leute. Bei Instagram habe ich bis jetzt am wenigsten Follower und Abonnenten. Das habe ich ja noch nicht so lange. Da sind wir jetzt, glaube ich, 82 Leute oder sowas. Und ich poste was, ein Video zum Beispiel jetzt, und das bekommt 40, 50 Aufrufe. Bei 80, 82 Followern oder so, das ist einfach total geil. Wenn ich Fotos mache, kriegen die 20, 30, 40 Likes manchmal. Dieses Verhältnis zwischen Abonnenten oder wie es da heißt. Und ah, zwischen Abonnenten und Interaktion ist unnormal hoch. Ich weiß nicht, warum das da so hoch ist. Was ihr da treibt, ist der absolute Wahnsinn. Es freut mich natürlich auch, dass die Sachen halt so gut ankommen bei euch, ne. Diese Clips, die ich da immer mal wieder drehe für euch. Ich habe Twitter schon ewig, ich glaube, ich habe da 13.000, 14.000 Tweets, weil ich Twitter früher mit meinem YouTube-Account verbunden hatte. Das heißt, immer wenn ich ein Video hochgeladen habe, immer wenn ich was, ich glaube auch, wenn ich was kommentiert oder geliked habe, kam ein Tweet automatisch. Das habe ich vor zwei Jahren irgendwann rausgenommen, weil, ähm, ich hatte mich gewundert, warum da niemand aktiv ist. Ich war ja selbst nicht aktiv auf Twitter. Aber ich hatte mich gewundert, immer mal wieder habe ich reingeschaut. Es kamen keine Likes, keine Kommentare, nichts. Und das war ja reiner Spam, was ich da betrieben habe. Also unwissend, theoretisch, äh, oder ungewollt. Und ich habe dann, als ich diese Erkenntnis gewonnen hatte, die Verbindung sofort rausgenommen, die Verknüpfung. Jetzt kommen dann natürlich nur noch ausgewählte Sachen, also eben meine, mein Leben. Na, mein Leben. Und es ist einfach so edel, dass ihr da dran teilnehmt oder teilhabt an diesen Sachen. Macht Bock, macht einfach nur fun. Waaah, Alter, ey, kommt der nächste Waller. Er saved die, die Waffe, die er hat. Sehr schön, sehr schön. Oh, da habe ich den Stern abgesagt. Ohoho. Das macht einfach so Spaß. Ich habe letztens am Dienstag, war ich ultra zerstört. Und, ähm, da hat ja auch Gustl dann für mich ein Video gemacht, weil ich einfach nicht konnte. Aber abends war ich dann wieder dran mit Livestream. Ich war stark übermüdet und habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich nicht die volle Packung der Unterhaltung halt hinbekomme. Aber es war so geil wieder. Durch euch werde ich immer so wach, so richtig so hyper hyper. Weil ich halt auch sehe, wie viel Spaß ihr an der ganzen Sache habt. Und der Sideway. Waaah, die Sonnen-Spot. Scheiße, der kam durch die Ding, ne, durch die Tür. Kann man nichts machen. Komm, die müssen auch mal eine Runde, äh, ähm, nehmen, bekommen, gedrückt bekommen, also, äh, geschenkt bekommen. Okay, okay, gut. Achtung, easy Globalung startet jetzt. Molly macht mir gar nichts aus, Mann. Oder doch? Nein, macht mir nichts aus. Ah, nein, was? Da fickt mich der Mate. Das war vielleicht ein Spaß. Aber ich habe den anderen auch nicht gekillt, also ich habe den Tod eigentlich verdient. Wir werden hier gerade ziemlich hart zusammen gerufen. Ich finde, wir sollten nächstes Round unbedingt wieder auf A gehen. Aber, oh, einer ist Vance. Vance. Nice. Jetzt sollten sie sofort drauf gehen. Ah, die Bombe ist down, haben sie eh schon angesagt, die Cities. Ich denke nicht, dass einer von hinten kommt. Oh. Try the plant. Nice. Vogeln lässt sich der. Okay. Das war scheiße. Nur wegen dem blöden Molly ist er jetzt gestorben. Wow. Nice. Alter. Sie haben die Runde noch geholt, obwohl ich nicht dabei war. Man kann es fast nicht glauben. Wer mit seinem Messer umgespielt hat. No, ich kann das auch. Guck, ich mache Helikopter. Mit der Glocke mache ich alles da. Bang. Gott. Gibt's das? Ich schieße und oh, da links ist er. Ich muss ein Stück zurück. Kill den ein. Soll ich kurz planten oder den killen? Den kill ich noch schnell. Und dann kommt er in der Sekunde und fickt mich. Alter. Naja, okay. Die Runde haben wir ganz klar abgegeben. Ich will jetzt recht schnell den Deckel zumachen. Weil gerade die letzte Folge auch schön, ich sag mal, mittelmäßig kurz. Naja, nicht wirklich kurz, aber sowas ist halt viel angenehmer zum Schneiden. Jetzt, wo ich wieder Vorlesungen habe, ist es schwierig von Ventroom. Ist es schwierig für mich? Fuck. Vent is down. Nein. Ja, ich habe keinen Damage gefressen. Wie habe ich das gemacht? Ich cheater. Ich cheater. Ist down. Oh. Das ist gut. Wie ist klar? Alter, wie ich den auch gefickt habe. Das war der übelste Luckshot. Also, dass ich den... Oh, one from behind. Nein, 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 nein. Oh, nice, Jungs. Ich bin gerade der dreckigste Lacker der Welt. Ey, ohne Witz. Ha. Weißt du, jetzt hätte ich die Granate gegen die Wand geworfen und mich selbst gekillt. So nice, Leute. Die Runde war so verschissen nice, Mann. Alter Verwalter, ey. Oh, ho, ho. Digga, hit, hit. Mit gerade Tid hat. I hate him in the Tid. Oh, one is mid. Jungs, mach Hilfe. Thanks. Gott, fuck, man. Ach, du Lutscher. Ja, dass er mich gekillt hat, war klar. Oder war in Ordnung. Aber den Mate. Mensch, ins Kindersteil. Hör mir auf. Ne, Günther. Ne, Günther. Schie. Der mein Name weiß. What the fuck? Ach, so steht er im Steam-Profil. Okay, alles klar. Alles klar. I'm gonna fuck the, 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 the mensch who is standing up day und, äh, and this. And this. Wie ich ihm einfach den Kopfschuss des Todes verp... Scheiße, wo ist der? Hab ich nicht verstanden. Der, 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 überhaupt. Einfach mal angeneifen, direkt sagt. Die Matchmakings machen einfach am meisten Fun. Ich glaub, das ist auch so bei euch, dass der Content, der fast am besten ankommt, die Overwatches sind grad so ein bisschen drüber über die Matchmakings, aber so an sich, äh, Matchmaking war, oder hat mich zu recht großem Erfolg schon, äh, gebracht. Das ist so der Content, der, ähm, am ehesten auch, äh, vorgestellt wird auf YouTube. YouTube stellt, äh, es gibt einige Videos, die tatsächlich, wenn man C-Score Deutsch eingibt, von mir, ähm, gefunden werden. Sogar auf der ersten Seite ist ein Video. Ähm, dieses, die Folge mit dem Kind, die, äh, ja, die klingt schon recht, so mittelmäßig viral, sag ich mal. Also, wie es eben für, für meine Verhältnisse sein kann. Wann soll das da umbringen? Oh, shit, Junge! Oh, mein Gott. Ah! Oh, noch einer! What? Alter! Ich hab's grad nicht mehr gerafft, ne? Ich dachte, das wär mein Mate. Mein Mate war Ventroom. Und hinter mir war noch einer hier bei T, also vor B. Wo kamen die ganzen Cities her? Es war auf einmal ein City, der oben im Vogeln ist und hinter mir. What? The Fick? Wieso mich einfach total totgefickt haben, die Schweinepriester, Alter? Hier könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben geben für die Gegner. Wie krass. Wie hat er sich an meinen Leuten vorbeigedrückt? Oder war hinter mir niemand? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Nightsever, Nightsever. Ich mach euch alle tot. Brauchst du nur noch was zu essen oder was, Monsieur? Ne, der hat doch. Er ist immer am Anfang kurz AFK. Der schüttelt sich immer noch kurz ein, so aufs Rundenende, welch, wenn wir mal gut geholt haben. Fängt da an, sich ein bisschen zu shaken und dann hört er... Sagen wir mal, was macht denn der immer noch am Spawn? Ah, ist das auf Highway? Hab wir auf HP? Es war klar, entweder gebe ich ihm den Header oder er mir. Er hat einfach Glück gehabt. Ich habe unglaublich schlecht geschossen. Das wäre eigentlich der Easy Header geworden. Sofort schon mit dem zweiten oder dritten Schuss. Und ich mach achtmal. Peng, peng. Aber wir sind gut. Und wisst ihr? Wisst ihr, woran das liegt? Ich habe letztes Mal gesagt... Äh, liegt nicht an mir. Doch, ein bisschen. Man sieht die Punkteverteilung und die Killverteilung. Ist bei uns relativ gleichmäßig. Ich habe letztes Mal drüber gesprochen, dass man eigentlich auf sich selbst gucken muss. Oh, fuck, ich habe mir eine Diegel geholt. Egal. Ja, man soll nicht immer sagen, das Team, das Team, das Team. Natürlich ist das Team sehr wichtig und es kann auch einfach sein, wenn das Team gut ist. Aber jeder kennt diese Spiele, wo man selbst recht schlecht ist und man sich sagt, geil, Mann. Zum Glück haben wir diesen Carryboy gehabt. Diesen mit 40... Mit 40 Kills. Weil ohne ihn hätten wir nicht gewonnen. Und man muss selbst zu diesem Carryboy werden. Egal, ob Smurf oder nicht. Scheiß darauf alles drauf. Ich habe schon in LEM-Lobbys gespielt. Ich meine, ich war auch LEM. Das war Kiki. Also nicht Kiki-Kiki. Klar, im Vergleich zu Silver-Lobbys ist das natürlich ein riesen, riesen Unterschied. Aber ich finde, der Unterschied wird... Er fühlt sich zumindest immer geringer an. Und vor allem, wenn es nur ein oder zwei Spieler sind, die so extrem gut sind. Und nicht die ganze Mannschaft. Weil ich halt immer wieder geschrieben bekomme, ich habe mit CSGO aufgehört mit den Cheatern und Smurfern. Also Leute, bitte. Das ist ganz schön lächerlich, wenn ich sowas lese, ja. Ich habe in meiner gesamten CSGO-Laufbahn mittlerweile habe ich... Ich weiß nicht, wie viele Spiele schon gespielt, ja. Da habe ich ein einziges Mal einen dabei gehabt, wo ich gesagt habe, oh, da würde ich jetzt aber... Den würde ich jetzt aber gerne reporten. Einmal. Ein einziges verschissenes Mal, ja. Und sonst nie. Ich bin so dumm. Und Smurfs habe ich gefühlt noch nie gehabt. Ich sage immer, oh, der ist gut. Natürlich ist es unfair, je krasser der Unterschied ist, ja, zum eigentlichen Spiel. Wenn jetzt ein LEM in der Silver-Lobby spielt, ist das schon echt fies. Für mich war dieser Unterschied nie so extrem, weil ich halt auch einfach... Ich wurde mit Doppel-AK eingerankt. Ich habe schon immer CS gespielt. Ich meine, ich bin jetzt nicht die krasseste Kackwurst. Wissen Sie, was ich meine? Wenn man in Silver-1 spielt, dann sieht der wirklich, wirklich, wirklich Silver-1 ist, ja. Da denkt man sich, wow, 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 wow. Als hätte dieser jemand noch nie ein Computerspiel gespielt. Noch nie einen Shooter gespielt. Da ich dieses Niveau, sage ich mal, überhaupt gar nicht kenne, sondern damals schon auf Doppel-AK eingerankt wurde, also MG3 wohlgemerkt, diese überkreuzte AK. Der Unterschied war eh noch nie so hoch zu extrem hohen Spielern. Ich habe schon mit Globals in Global-Lobbys gespielt und fand es jetzt nicht so... Ich fand es nicht unmöglich, ja. Natürlich, wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist man immer schlecht. Auch auf seiner, auch auf seiner MG1-Lobby oder sowas. Oh Gott, MG1. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Wenn man so eine gewisse, ein gewisses Maß an Computerspiel-Skill, speziell Ego-Shooter-Skill hat, mal ein bisschen Kott gespielt hat, mal ein bisschen CS, mal ein bisschen Battlefield. Und jetzt nicht komplett ein Neuling ist in diesen Spielen. Und ich will um Himmels Willen jetzt nicht CS mit Battlefield, Battlefield mit Kott oder Kott mit allen vergleichen, sondern einfach nur, wenn man so ein bisschen von Shooter gespielt hat, ja, und auch ein bisschen was von Movement versteht, dann ist es alles gar nicht so krass, so riesig, riesig, riesig. Oh, fuck! Oh, my gosh! One made with a scout. Und deswegen sind Smurfs auch nur so eine Lirum-Larum-Sache. Deswegen zu sagen, ich habe mit CSGO aufgehört, weil so viele Cheater und so viele Smurfer, wo ich mir noch nicht mehr sicher bin bei den meisten Leuten, wie sie jetzt so einen Smurfer erkennen. Also, sobald jemand besser ist als man selbst, sind viele halt am Start hier so, oh, der cheatet oder smurft. Schwierig. Ich kann verstehen, dass das alles so ein bisschen störend ist, ja, klar. Vielleicht bin ich einfach ein Glückspilz, der nie mit Cheatern spielt oder nie gegen Cheater spielen muss. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe mittlerweile wie viele Spiele gespielt? 300, 400, 500. Ich habe 700 oder 800 Stunden CSGO und habe, wie gesagt, einen einzigen Cheater bis jetzt im Gegnerteam gehabt. At least three, man. Wobei ich schon mindestens drei, vier Cheater in meinem Pre-Made-Team hatte. Das war der größte Abfall. Ey, A2, warum ist ein? Das war ärgerlich, weil ich dann nämlich jedes Mal meinen Rank verloren habe. Der duckt sich in dem Moment, wo ich... Jetzt habe ich mich geduckt und die Duckung hat nicht geholfen. Ja, ja, ja. Habt ihr im Griff, Jungs. Habt ihr im... Scheiße. Soweit, so gut. Das wollte ich mal kurz ansprechen, weil, ja, einfach aus Gründen. Ah, ich hätte mir eine Ohr holen sollen, nicht dumm Batz. Übrigens, die Gewinner vom Graffiti-Giveaway sind folgende 20 Leute. Wambonaut, Senpai David, Green Arrow A, Blee1337, Judo, Kameradenschwein Freddy, Bayou Varus, BSVAG, Hardtech, Mr. Adrian III, The Russian Comedy, Dinkel Dirk CSGO and more, Ego Leipzig, The Real Life Trick Shooter, Hirnplacebo, Bacon, Friendly Fire und Thorsten Paulik. Bitte meldet euch einfach kurz hier unter diesem Video einfach so, oh, ich habe gewonnen, wow. Wir sind dann im Gespräch. Da tauschen wir uns dann kurz aus, damit ich euch halt das Graffiti schicken kann. Ja, viel Spaß mit den Graffitis an die Gewinner. Da muss ich mal direkt eins pimmeln. Das ist nicht sehr rippisch. Das mache ich immer. Das ist ripp. Okay, Jungs, da liegt eine M4. Für wen liegt die da? Für ihn. Er hat sie weggeworfen. Alles klar. Ich muss jetzt mal schauen, ob die Orb geht. Die Orb vielleicht Mitte? Ja, nice. Gut, dann kann ich auf A gehen. Sehr schön. Ich hasse es eigentlich, Nein, nein, nein. Wenn ich anfange zu sprayen, ist es einfach immer so in meinem Kopf, warum, warum? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Drück ihm doch einfach einen Headshot, aber nein. Ich fange an zu sprayen, wie so ein Dummbop. Eine Eco-Jung. Ah, nee, halt. Der hat eine Orb. Komm, dann müssen wir jetzt ein bisschen pushen. Jungs, hier schön fassen. Na, vor allem du. Wiggle, Wiggle. Fuck, ich springe einfach. Was hat ein Kim für ein geiles Bild? Das ist doch der Kim. Oh, Mensch, hey. Ja, wir lassen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Habt ihr das gesehen? Beide Mates waren kurz unachtsam, haben weggeaimt oder waren eben im Laufen und dann kommen die Tees um die Ecke. Einfach so ultra-lucky. Das gibt's doch gar nicht. Ha! War eben wie durchgepusht oder angepusht. Kommt sicherlich gleich wieder zurück und versucht, die Bombe zu picken. Ich werd mir gleich die Orb holen. Die ist perfekt für Mitte. Nee, das ist ein Scout? Ach, komm. Er hat mal die Nate auf dem... Ich frag mich, was ich ihm gegeben hab eben, ne? 50 in 1. Der hat voll die Dinge gefressen, die Nate, ne? Die ich da reingeschuckt hab. Der hat da richtig schön gefuttert. Ja! Ich hab ein Graffiti bekommen. Alter, krass, was gerade rausgekloppt wird. Leute, der nächste mittelmäßig gute Sieg. Ich war schon wieder in der Mitte. Im Spiel davor war ich auch in der Mitte. Ich würd sagen, für diese krasse Runde kann man schon vielleicht... Nein, wir sind schon... Alter, das ist so scheiße schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.